Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening wie versprochen. Ich habe 112 Packs, ich werde die jetzt alle unboxen. Wenn das Video zu lange gehen sollte, werde ich es in zwei Teile splitten. Ich wünsche jetzt viel Spaß, wir legen direkt los mit den ersten drei legendären Packs. So, feuerfrei. Ich werde hier und da das versuchen ein bisschen. Also ich werde nicht auf jedes einzelne eingehen. Wenn es was erwähnenswertes ist, dann schaue ich es mir genauer an. Wie zum Beispiel ein Rahmen, der absolut uninteressant ist. Weiter geht's. Ich hoffe, dass ich ein paar Charms freischalten werde. Ein paar interessante Charms. So, wir haben doch schon den ersten Skin, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ein RE45 Skin. Oh ja, der ist wirklich sehr schön. Der Jäger nennt sich der. Den machen wir gleich mal rein. Weiter geht's. Sieht man alles durch die Facecam? Ich denke ja. Schauen wir mal ein bisschen genauer. Noch ein Alternator Skin. Ah, ich habe so viele Alternator Skins. Da das einer meiner Favoritenwaffen ist, werde ich den nicht nehmen. Ich habe nämlich den Halloween Skin und für einen anderen Event noch ein Skin. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein Erbstück bekomme. Endlich mal. Ich habe noch keines. So, dann ziehen wir doch gleich noch aus dem normalen Pack. Wieder was Legendäres. Auch sehr, sehr nice. Und der ist, uh, der gefällt mir. Iva 8-Skill. Machen wir gleich mal rein. Gut. Ich glaube, der wird wehrt. Ich hoffe auf das Messer von Raid. Endlich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit irgendwelchen Erbstücken vielleicht schon Glück hattet. Ich weiß zum Beispiel, mein Stamm-Mod Casey hat mal so mir nicht, dir nichts aus einem einfachen Apex-Pack dem Bloodhound, das Bloodhounds-Erbstück rausgezogen. Einfach mal so. Komm schon. Noch nicht ein Charm. So, wir haben wieder was Episches dabei. Was haben wir hier? Iva 8. Okay. Gerade was Legendäres gezogen. Das ist, glaube ich, für den Iva 8 nicht mehr zu toppen. Das ist, glaube ich, für den Iva 8 nicht mehr zu machen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten Glücksbringer. Also, das hat sich gelohnt. Das ist das Motorrad von Gibraltar. Sieht cool aus. Also, ich würde mich sehr über den Voidwalker Event-Helm als Glücksbringer freuen von Wraith. Der sieht nämlich wirklich ultra-ultra-geil aus. So, ich würde mich über das. So, jetzt haben wir hier noch ein Glücksbringer, das ist das Jagdmesser von Bloodhound, okay. Ich gehe zumindest davon aus, dass das von Bloodhound ist, so hundertprozentig weiß ich es nicht. Oh, zwei epischer. Ja, gut, ist jetzt nicht so spannend. Das ist jetzt übrigens mein drittes XXL Pack Opening. Wow, zwei legendäre Sachen. Einmal fette, 600 Herstellungsmaterialien, das bekommt man echt mega selten. Was haben wir hier? Gib Walter Abzeichen, Zorn, sieht cool aus, mach mal rein. Mein drittes XXL Pack Opening, ich habe glaube ich schon um die 350 Packs dann geöffnet. Und ich habe noch immer kein Erbstück. Ich finde es ärgerlich. Oh, zeig mal her, was haben wir denn da schön. Ein Longbow Skin. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich finde, man hat halt in Season 3 gleich zu Anfang mit dem Battlepassen schönen Skin dazubekommen. Der gefällt mir besser. Deswegen rüste ich den jetzt nicht aus. Ich finde auch die Animation, wenn das so Gold leuchtet, ist ein bisschen intensiver geworden. Komm schon, gebt mir ein Erbstück. So, wir haben wieder einen Talisman. Oh, auch nicht schlecht. Das ist der Monitor von Pathfinder. Ich ahne es schon, ich kenne mein Glück. Ich werde kein Erbstück bekommen. Oh, wieder was Legendäres. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich finde es sehr, sehr schade, dass sowas als legendärer Platzhalter gilt. So eine Hintergründe. Finde ich, muss nicht legendär sein. Finisher sind zum Beispiel auch sehr selten. Finde ich auch schade. Würde ich auch begrüßen, mal den ein oder anderen Finisher zu bekommen. Finde ich auch schade. Ah ja, so Matrix-Style, P20-Skin. Craver-Skin, derselbe wie gerade eben für die P20-20. Ja, da sieht schon nicht schlecht aus, aber ich habe einen aus einem Event, der gefällt mir auch deutlich besser. Mestiff-Skin sah jetzt auch nicht so schlecht aus in Blau. Was habe ich verbrochen? Der sieht geil aus, aber warum muss das Legender sein? So ärgerlich. Knappstück, 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 Knappstück. Knappstück, Knappstück. Knappstück, Knappstück, Knappstück. Wieder ein Waffenanhänger, ach, alles klar, was ist in der Kiste, nennt er sich, der sieht auch ganz cool aus, wer das übrigens nicht wusste, die Waffenskins werden sich auch ab und zu mal in die Glücksbringer, oh nice, oh nice, ich liebe diesen Friedensstifter Skin, das ist doch mal richtig edel, wobei natürlich in Season 3 bekommt man am Ende des Battle Passes auch einen Friedensstifter Skin, aber der gefällt mir richtig, richtig gut, auf was wollte ich hinaus, diese Glücksbringer werden auch aller paar Tage im Store erhältlich sein, doch über diesen Friedensstifter Skin freue ich mich sehr. Das habe ich verbrochen, gebt mir doch ein Abstift. Ladensstift, dein Herzblinger, dein Herzblinger, dein Herzblinger, dein Herzblinger. Ich glaube, bei mir ist das Spiel kaputt. Ja. So, ja, haben wir den Mirage Punching Ball. Okay. Wieder was Legendäres. Schon wieder Crafting Material. Okay. Also davon habe ich dann erstmal reichlich. Das werde ich mir schön aufheben. Okay. So. 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 So, kommen noch 33 Packs. 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 So, ich möchte hier undankbar sein, aber wirklich, ich komme auf ungefähr 350 Packs circa, die ich jetzt schon geöffnet habe. So, dass da nicht ein Erbstück bis jetzt dabei war, ist schon echt heftig enttäuschend. Ach, das ist doch ärgerlich. Ach, 8 Packs noch. Ach, 8 Packs noch, komm, vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Na, wenigstens ist noch etwas Legendäres dabei. Na, wenigstens ist noch etwas Legendäres dabei. Ich bin mit der Ausbeute. Ich bin mit der Ausbeute absolut unzufrieden. Aber tatsächlich, kein Glück, das ist unfassbar. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wie viele Packs habt ihr gefühlt schon geöffnet und wie viel Glück hattet ihr. Aber ich bekomme verdammt nochmal und es ärgert mich extrem, weil es hängt ja auch ein gewisser Geldbetrag dahinter. Ähm, hattet ihr Glück mit Erbstücken, ja oder nein? Ich kenne eine Person, die hatte nach 3 Packs, das Spiel kam frisch raus, 3 Packs geöffnet, freigeschaltete Packs. Und nach dem zweiten oder dritten war so ein Erbstück drin, also das Wraith-Erbstück. Wie kann man nach 350 Packs so viel Pech haben? Okay, das war's von mir. Lasst diesen Pack unbedingt trotzdem einen Daumen da. Ich weiß, dass das viele sehr, sehr feiern. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Hört rein, ciao.